Es waren einmal ein junges Mädchen und ein junger Mann. Sie trafen sich und liebten einander. Ein bisschen zu spät, Herr Pinneberg, mit der Verhütung. Die Tür ist zu. Ich denke Anfang des zweiten Monats. Dann bleiben noch 22,40 Mark. Und dann haben wir nichts für Feuerung, nichts für Gas, nichts für Licht, nichts für Wäsche, nichts für Kleidung, nichts für Schuhe. Und Geschirr muss man sich auch mal kaufen. Angestellter? Da muss ich ja lachen. Ange Schissner solltet lieber hießen. Ach, Lämmchen. Nur nicht arbeitslos werden. Was sagst du? Sie sind zum 1. Oktober gekündigt. Der Boden rutscht unter ihm weg. Der Magen krampft sich. Hat die erste Spritze bekommen, stirbt bald. Ja, mein Mock. Was ist das Wasser? Geld hilft nicht. Durchkommen wir schon irgendwie. Geld hilft zu gar nichts. Arbeit würde helfen. Ein bisschen Hoffnung würde helfen. Der Halb-Elfer-Zug ist durch. Jetzt kriege ich Angst. Das war das Wasser. Deus 산 have. hurtig. Untertitelung hurts. Das war's الا